Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Brother Rabbit. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wofür wir die CDs brauchen. Hier finden wir auf jeden Fall noch welche. Aha. Noch eine. Irgendeine Pille. Wo denn? Ach, dafür brauchen wir die CDs. Hier haben wir noch eine. Ne, da war die erste. Ach, nicht noch eine. Ich sehe diese Dinge einfach nicht. Ich werde hier echt bekloppt. Ja, hier sind aber keine dabei. Bevor wir uns damit weiter aufhalten. Bevor wir uns damit weiter aufhalten. Da ist ein Zeichen drauf. Hm, kann ich aber gerade so nichts mit anfangen. Zahnrad. Und wir denn hier ein Zahnrad? Die letzte CD. Äh, ich habe jetzt übrigens nicht mehr geguckt nach diesen komischen Bohnen. weil ich dachte, wir sind jetzt ja ein Stückchen weitergekommen. Gucken wir erstmal. Bon Appetit. Ja, und jetzt? Was habe ich damit jetzt erreicht? Ich bin hier gerade echt so ein bisschen, es geht so schleppend voran, ey. Ach. Äh, bitte was? Äh. Soll ich jetzt Mathe machen? Ne, das wollte ich doch auch gar nicht. Soll ich jetzt einfach nur rechnen? Und selbst wenn... Er lässt ja gar nichts zu. Oder soll ich das Ergebnis? Was wäre wenn? Äh, wo lasse ich denn das? Wenn's so ist? Verstehe das Rätsel nicht. Also entweder soll ich etwas mobsen, damit wir darauf kommen. Oder ich soll diese hier einfach verändern. Was aber auch nicht funktioniert. Was soll ich denn stattdessen tun? Wie geht das? Oh mein Gott, ey. Was ist denn das jetzt schon wieder hier? Also was da rauskommt, ist mir schon klar. Ich weiß nur nicht, wie ich das hier mit den Streichhölzern hinbekomme. Das ist mir jetzt gerade... Achso, warte mal, kann ich dir das geben? Ne. Ähm, oder kann ich dir das geben? Nein. Hallo? Wach mal auf. Er senkelt, dass er die frisst oder sowas. Obwohl ich ihm das auch nicht raten würde. Er ist bestimmt nicht gesund. Was? 4 minus 4? 0? Was? Was ist denn das für ein Hinweis? Das geht ja auch nicht. Oder hier? Oder hier? Leute, bin ich jetzt gerade so blöd? Zumal da etwas völlig anderes steht. Mal abgesehen. Ich verstehe... Ich verstehe es nicht. Ich wollte echt lachen, weil... Es ist super dämlich. Ich weiß nicht, was er jetzt von mir will. Fressen tut er hier nix. Was soll ich denn mit ihm machen? Es ist dieselbe Aufgabe. Finde ich ulkig. Ja, ja. Das ist mir schon klar. Das ist wahrscheinlich nur ein Beispiel, ne? Ja, ist ja auch schön und gut. Selbst wenn es ein Beispiel ist. Aber ich bekomme es ja nicht hin. Was will er denn von mir? Also ich gebe ja zu, ich bin ja kein Mathe-Kinnie. Ernsthaft nicht. Ich hasse Mathe. Mit Zahlen kann man mich jagen. Das hier geht eigentlich noch. Eigentlich. Wenn dann nicht das eigentlich wäre. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Kommt, wir suchen die Brune. Ich habe keinen Bock auf die Aufgabe. Stehe... Ah, gucke mal. Toll, jetzt habe ich die Brune gefunden. Und mach jetzt. Tarnräder fehlen uns noch. Hier sind keine mehr. Ernsthaft? Muss ich jetzt doch gucken? Ich finde das voll dumm gerade. Zumal, weil ich das gerade irgendwie überhaupt nicht verstehe. Ach so. Also was heißt, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es schon. Aber es passiert nichts. Ich weiß nicht, wo ich mit den Streichhölzern hin soll, die überflüssig sind. Beziehungsweise die vielleicht eventuell woanders hin sollen. Hier ist auch irgendwie so ein Zeichen. Und das hätte ich gerne. Bitte. Ja, zu Weihnachten sind wir dann auch wieder fertig. Oh, bin ich rausgetappt. Schon wieder. Der will mich doch verarschen. Was ist denn sein Problem hier? Also entweder will ich mich verarschen oder ich verstehe nicht. Hallo, mach mal den Mund auf. Mach mal die Augen auf. Hilf mir mal. Können die hier rauf? Nein. Ich sehe jetzt irgendwie auch nicht. Ich sehe jetzt irgendwie auch nicht. Hä? Hä? Ich möchte mich diesbezüglich nicht äußern. Aber ich werde mir im Nachhinein anschauen, ob das jetzt mein Fehler war. Äh. Warte. Wir reden einfach nicht mehr drüber. Danke. Komm, jetzt. Kommt jetzt die Lösung des Rätsels. Bitte. Okay, das ging in die Hose. Okay. Okay. Soll ich jetzt hier raus? Äh. Ach so. Oh Gott. Den habe ich mir gar nicht gemerkt. Ich weiß, dass hier ein roter hinkommt. Hier glaube ich ein Herz, ne? Nicht? Warte. Warte. Ah. Okay. Blauer. Was? Was? da unten. Tschüß! Ne, da stimmt was nicht. Da fehlt was. Ich bin hier im Schluckträger. Entschuldigung. Wir brauchen noch einen Arm. Oder dergleichen. Was ist das? Ja, probieren wir mal. Ne, lass dran. Tschüß! Ah, die krieg ich dann ja endlich mal die Bohnen. Da ist keine Bohnen drin. Ich werd bekloppt. Hey! Nicht ausmachen. Hier. Wie komm ich denn hier raus? Achso. Wo ist diese Bohne? Ohne Scheiße, ich hätte mitgerechnet, dass die da drinnen ist. Die ist doch auch da drinnen, oder nicht? War da irgendwo was? Da. Fünf Stück brauchen wir. Noch eine? Wo denn? Tja, er hat seine Dienste getan. Wo ist denn hier noch eine? Ich kann ja nirgends mehr ran. Irgendwas noch bewegen, oder so. Irgendwas noch bewegen, oder so. Was war? In hier. Mit das Licht ausmacher. Ist das auch nicht viel besser? Was war da hier? Was war da hier? Nee. Diese Matheaufgabe lässt mir gerade überhaupt gar keine Ruhe. Okay, wir gucken erst mal woanders. Hier nicht. Da ist nix mit drin, oder? Zählt dieser Raum damit zu? Hier war einer. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Auch die sehe ich nicht. Ich mach drei Kreuze, wenn diese Bohne da drinnen ist. Ernsthaft. Ach. Nicht. Und Musanrat ist hier sogar noch. Ey, manchmal sind die Sachen aber auch so versteckt. So. Unsere letzte Pille ist irgendwo hier. Aber wo? Da! Oh. Endlich! Meine Fresse! Ja! Sie wächst! Ja? Hm. Er ist kaputt. Die müssen wir jetzt Teile finden. Und das letzte Zahnrad haben wir auch. Was mit dir? Die backen hier immer irgendwo dran, ne? Natürlich ganz toll, nachdem ich mich mit der Bohne so ewig gequält habe. So blödes Holzteil suchen sie müssen. Ist das hier unten eins? Nein. Hier schon mal... Ach, hier war das. Das ist mir gerade eingefallen. Hier ist noch eins. Was? Was? Cool. Gut, dann machen wir erst mal... Gleich groß, ne? Ach, das kann ich gar nicht austauschen. Hier mal. Nein, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Hm. Das geht auch nicht. Hier sind wir das. Hallo? So. Oh, das geht nicht. Das ist ein bisschen übertrieben. Das ist... ...sinnlos. Tja, 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 tja. Wenn wir den auslassen und den hier nehmen, geht das auch nicht. Wenn wir das so machen, geht auch nicht. So geht das auch nicht. Du passt da exakt rein. Das geht nicht. Das würde passen. Weiß ich gerade nicht. Ja, offensichtlich. Keine Ahnung. Ist aber irgendwie doof. Auf. Hm. Mhm. Hm. Schön und gut. Passt aber nicht. Ist also nicht das Richtige. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist aber schade. Was sind wir denn 24 Minuten im Guttel? Äh. Dann wollen wir ein bisschen zackiger machen. Aber das geht ja gar nicht. Das kommt ja gar nicht daran. Das passt nicht, also muss es hier hin. Tja. Die lassen sich aber nicht verbinden. Und das ist zu weit weg. Und wenn ich das mache, stoppt das. Hier passt es echt am besten, ne? Aber das macht keinen Sinn. Kann denn nur er daran? Oh. 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 Untertitelung. BR 2018 Ah, Mann! Letz dich da rauf. Das Vieh. Das Vieh. Das Vieh. Ich glaube, dass die Sonne wiederhöhnt ist. Das geht alles irgendwie nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Rad damit intrigieren muss. Das geht gerade wahnsinnig mit seinem Lu 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 Lu. Das geht alles nicht. Der hier rastet nicht ein. So, das hier geht schon. Aber erstens fehlen uns dann zwei. Zu dritt geht das nicht. Wtf. Sind jetzt das? Okay. Ich... Was ist das denn hier? Ähm... Ich mag den Part ja nie so beenden, ne? Wie frustriert das denn immer? Das hat nicht sollen sein. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ah, Gott! Ich mag den Part! Nein, also wenn muss schon das Große irgendwo ran, zum Schluss. Yay! Oder so. Okay. Nee, hier eins? Nee. Haben wir mir irgendwo noch so ein Holzstück, was ich immer noch nicht gefunden habe? Klippisch irgendwo? Nein, ich will das nicht. Glaub mir, ich will es nicht. Ganz ehrlich, nicht. Aber wo ist dieses Holzstück? Ah, da ist es. Äh. Dankeschön. Dankeschön. Hier fehlt auch noch eins. Nein, ich will runter. Tu es mir wieder. Die sind fertig. Die sind fertig. Hier ist auch noch so ein Aufziehding. Und anscheinend mal wieder sehr gut versteckt. So, was aber auch... Nee, hier. Wahrscheinlich einfach nur bedient. Okay. Was sollten wir denn mit dem Holz machen oben, ne? Ach, wir machen jetzt noch ein bisschen, weil ich so lange gebraucht habe. Werde weiß, wie lange ich jetzt hierfür brauche. Nee, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht nicht. Ich bin nicht. Also, es geht nicht. Fertig. Nein. Ach man. Ein bisschen Spaß muss sein, ne? So ist das. Dann stelle sich die Welt mal ohne lachende Menschen vor. Gott, dann wäre die doch trauriger, als sie ohnehin schon ist. Ja. Fast. Nicht ganz. Du doch hier unten. Ich weiß nicht. Hm. Aber das geht dann ja auch wieder nicht. Das ist wahrscheinlich so ein Spiel, was du einem Zweijährigen in der Hand geben könntest. Und der macht dir das dann in fünf Minuten. Dann tut er dann als Erwachsener und du nimmst es und dir denkst, wie geht das? Oh, ist das fies. Bekomme ich jetzt was Schönes? Was bekomme ich denn? Ich bekomme ja gar nichts. Ich soll wieder was zusammenbauen. Äh, wofür? Äh, Fehler. Was ist das? Das gehört da oben rauf. Das gehört da oben rauf. Gut. Lecker. Was soll das sein Gehirn darstellen? Naja, wenigstens hat er eins. Ist das? Was ist denn diese Hand hier? Was soll das? Das ist total irritierend. So, ein Öhrchenfeld. So, ein Öhrchen. Was hat das denn mit dieser Hand hier auf sich? Kann ja auch nichts mehr greifen, oder so. So, ein Öhrchenfeld. So, ein Öhrchenfeld. So, ein Öhrchenfeld. Ach, du Schande. Ah. Hmm... Hm, schade. Irgendwann schaffen wir das. Ja, das wollte ich gar nicht machen. Ist immer einer daneben, ne? Äh... Keine Ahnung, was hier das... ...bessere wäre. Hm... Okay, ich glaube, ich beende den Part hier, aber ich bin bei 43 Minuten. Und das machen wir in einem anderen Part. Das kann auch noch ein bisschen dauern. Obwohl, das sage ich öfter. Scheiße. Ja, ich glaube, ich habe es alle ausstatt an. Hat doch auch was, oder? Oder nicht? Irgendwann. Ich drehe einfach so lange, bis sie alle an sind. Und dann läuft das Ding schon. Gut, ich verabschiede mich. Ich danke fürs Zusehen. Tschüssi. Oh, ein Trauerspiel hier. Was? Toll nicht auf. Ich fühle mich an. Auf! Ich fühle mich an. Ich fühle mich an. Untertitelung des ZDF, 2020